Ein Opel Meriva ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue Van ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 81.000 km. Die Erstanmeldung bei Ende 2008. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Einparkhilfe, Tempomat, elektrische Fensterheber, und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 105 PS. Auf 100 km liegt der angegebene Verbrauch des Benziners bei 6,7 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 5.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Bis zum nächsten Mal. Schau, desto schon zu니ki! Schau, dann présidentPer trabaj ministre". Vielen Dank.